Magdalena 15 ist im Vorjahr gelaufen Unsere EM 7. im Siebenkampf Ist hier klar in Führung Jetzt brauchen wir Unterstützung Die letzten zwei Hürden Jawoll Katharina Teitl hier Aktuell auf Position 2 Und die Verena setzt sich hier Ganz klar mit einer ganz tollen Zeit Knapp über 60 60,30 Gratulation Katharina Teitl auf Platz 2 Und Christine Weber Holt hier den dritten Platz Eine ganz starke Vorstellung Von Verena Breiner Gratulation